An diesem Wochenende übernachten wir im Bellrock. Hallo meine Lieben und schon ist wieder eingeschaltet ab zu einem weiteren Europa-Park-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, lange ist es her, dass ich im Europa-Park war und bisher habe ich auch nur einmal im Kolosseum übernachtet, sonst die Europa-Park-Hotels eher noch nicht besucht. Dieses Wochenende übernachten wir im Bellrock. Wir besuchen das Rulantica, das seht ihr aber im separaten Video. Wir sind jetzt angekommen, wir haben halb zehn, checken ein, also Zimmer wird wahrscheinlich noch nicht fertig sein, übrigens die Vicky mit dem guten Morgen rollenden R ist auch wieder dabei. Genau, ich weiß gar nicht mehr, welches Zimmer wir gebucht haben, aber das zeige ich euch natürlich. Wir haben heute leider keinen Platz hier im Restaurant bekommen, sondern im Krona Saar. Ein Buffet-Restaurant, da nehme ich euch natürlich auch mit, zeige euch wie das Bellrock hier von innen aussieht und morgen das Frühstück und ich würde sagen, wir gehen rein. Bis zum nächsten Mal. Ich zeige euch jetzt unser Zimmer. Wir haben eine Suite Lateinamerika oder lateinamerikanische Suite. Das ist die 6374. So, dann haben wir doch schon mal hier einmal Autogrammkarten von Berkeley und Louis. Zwei Stockbett, also ein Stockbett für Kiddies. Ups. Wasserflasche, eine kleine Sitzecke. Kaffeemaschine, Kaffeemaschine, Espresso, Kapseln. Hier haben wir noch einen Schrank. Hier gibt es schon nur so ein Gäste-WC. Ja, also eine Toilette. Schaut euch mal hier diesen am Fluss an. Süß. Und the master, uh, the master bedroom. Also schon schick. Welcome to Bellrock. Bademantel für morgen. Schlappis. Fernseher. Das Badezimmer mit Badewanne. Einer großen Dusche. Pflegeprodukten. Auch für die Kiddies. Guck mal, mit Ed und Edda. Richtig schön. Richtig, richtig nice. Oh, guck mal, Lindschokolade und Gummibärchen gab es auch. Und da ist wohl noch ein Schrank. Vielleicht ist das ein bisschen auch wie bei Harry Potter, dieser Schrank, wo der wohl hinführt. Wir haben uns nach dem Rulantica-Aufenthalt ein bisschen frisch gemacht. Und ja, wir haben eine Suite buchen müssen, da nichts anderes mehr frei war. Wir hatten, glaube ich, vor zwei, also ein bisschen in Paris waren, tatsächlich vor zweieinhalb Wochen die Idee, nach Rulantica zu kommen. Hatten wir direkt nach Hotels geguckt. Und ja, da war halt schon vieles ausgebucht. Wir hätten auch das Kronasar tatsächlich bevorzugt wegen dem Übergang zum Rulantica. Aber es war alles restlos ausgebucht. Und im Bayrock waren nur noch die Themensuiten frei. Wir haben jetzt für eine Nacht, für zwei Personen inklusive Tickets für Rulantica. Morgen wird natürlich Frühstück dabei. Wir haben jetzt eben noch ein Willkommensdrink bekommen. 600 Euro bezahlt. Für zwei. Also um die 300 Euro pro Person. Ist natürlich nicht günstig. Die Suite ist dennoch sehr, sehr schön. Und ich weiß auch, dass das Frühstück in den Europa-Park-Hotels tatsächlich sehr, sehr gut ist. Da müsste sich Disney tatsächlich eine Scheibe abschneiden von den Hotels. Also die sind echt schön. Auch die Thematisierung hier. Auch wenn das jetzt das Indianer-Thema jetzt nicht mein Ding ist, was ich jetzt ausgewählt hätte. Es ist dennoch sehr, sehr schön. Aber da aktuell dieses Wochenende diese XXL-Küchen-Closing-Party ist, haben wir auch hier keinen Tisch bekommen. Im Bayrock. Wir wären gern hier essen gegangen. Dann hätten wir nicht so weit fahren müssen oder weggehen müssen. Und den einzigen Tisch, den wir noch bekommen haben, war im Kronasar im Boba Sven. Oder Sven's. Das Buffet-Restaurant im Kronasar. Das heißt, da fahren wir jetzt wieder zurück hin. Wie gesagt, wir haben uns fertig gemacht. Und jetzt geht es wieder zurück ins Kronasar, ins Boba Sven's. Und da werden wir zu essen zu uns nehmen. Das heißt, ja, zeige ich euch natürlich in diesem Video auch. Hat nichts mit dem Bayrock-Hotel zu tun. Aber danach nehme ich euch noch mit in die Bar. Ich zeige euch dennoch gerne das Essen aus dem Boba Sven's. Morgen werden wir noch den ganzen Tag dann hier im Hotel verbringen. Wie gesagt, Frühstück zeige ich euch morgen dann auch. Wir gehen in den Wellnessbereich. Ich zeige euch das Hotel nochmal genauer. Ihr könnt ja auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrungen mit den Europa-Park-Hotels sind. Das ist jetzt mein zweiter Aufenthalt im Europa-Park-Hotel. Das erste Mal war ich im Colosseo damals mit Wake-A-Wish. Und jetzt hier im Bayrock. Ich würde auch gerne nochmal die anderen Hotels mir anschauen. Vicky ist auch dabei, hat sie gesagt. Die nächsten Jahre, Monate. Keine Ahnung, mal gucken. Und ja, also schreibt es gerne unten in die Kommentare, wie ihr die Europa-Park-Hotels findet. Welches ist euer Lieblings-Europa-Park-Hotel? Welche Zimmer mögt ihr gerne? Welchen Wellnessbereich würdet ihr empfehlen? Weil ich bin ja Europa-Park-Hotel-Neuling. Ich kann euch auch gar keine Tipps geben oder so. Deswegen freut mich, wenn ihr der Community weiterhelfen könnt bei dem Thema. Also schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und denkt auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also hier seht ihr mal das Abendbuffet, was es alles gibt heute. Lenne ich jetzt nicht vor, ich zeige euch das gleich noch. Kostet 39,50 Euro. Für Erwachsene und für Kinder 14,50. Und Kinder bis fünf Jahre sind gratis. Also ich weiß nicht, ich würde es irgendwie ein bisschen beängstigen mit den Robotern. Also das ist ja wahrscheinlich unsere Zukunft, aber das ist schon irgendwie witzig. Hallo Mitzekatze! Da kommt auch die eine. Was hat die dabei? Die hat Essen dabei, guck mal. Essen auf Rädern. Wenn man was bestellt, a la carte wahrscheinlich. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen das Buffet hier im Boba Svens. Wir haben hier so eine Schinkenplatte, Leberpastete mit Reißelbeeren, Schweinebraten mit marinierten Kürbis und Kürbiskernen. Vorspeisen, hier gibt es wohl auch Eis. Ich fange mir direkt mit dem Dessert an. Auch sogar veganes Eis kann man sich hier dann wahrscheinlich rausnehmen. Also lassen. Hier gibt es Butter. Brötchen, dänisches Schwarzbrot. Ganz viel Käse. Da bin ich raus. Hier gibt es so eine Kinderbar mit Pasta, bisschen Gemüse, Erbsen, Karotten, Bolognese-Soße, Köttbühler in Rahm-Soße, Kartoffelpüree, Pommes und da hinten, glaube ich, sind noch Chicken Luggets. Wir haben hier einmal Süßkartoffeleintopf, Rosmarin-Kartoffeln, Bohnen. Wir haben hier gefüllte Kalbsbrust. Klingt auch sehr gut. Dann haben wir hier noch Räucherlachs, verschiedene Salate mit Meeresfrüchten. Das ist halt sehr Meeresfrüchte-lastig, weil es skandinavisch ist. Und ich war gerade eben ein bisschen perplexed, weil ich dachte, das wäre alles. Aber nein, hier gibt es noch Nebenraum. Hier gibt es auch noch Kürbissuppe mit Salbei-Crotons. Hier gibt es noch Salate, Kartoffelsalat, ja, halt verschiedene Sachen zum Salat anrichten. Mozzarella, hier gibt es so Antipasti-Verschiedenes. Und jetzt kommen wir zum warmen Falafel mit Joghurt-Sesam-Dip. Süßkartoffelpommes, Maultaschen. Gemüsepfanne, Bandnudeln, Semmelknödel, Käseknöpfel, Kartoffelgratter, Reis, Rindergulasch, Hähnchen. Oberkeule mit geschmorten Tomaten, Kalbsfrikadellen mit Zwiebeln, Sauerbraten und Fisch mit Meeresspargel und Weißweinsauce. Also sieht echt gut aus. Und da hinten ist das Dessert. Ich schaue es jetzt auch noch schnell. Weil eben nicht immer, es gibt, oh geil, Tiramisu, Beerenkuchen und Obst. Schokoladenmus, rote Grütze, sehr lecker. Und hier gibt es noch Waffeln und Brotpudding mit Vanillesauce. Vicky, hol mal unsere Getränke. Die Katze ist da. Guck mal, sie hat sogar gefreut, hast du nicht gesehen. Tschüss. Also mein erster Gang ist die Kürbissuppe mit den Salbei-Crotons und ein Vorspeisenteller. Sieht echt gut aus. Ich probiere jetzt mal die Kürbissuppe. Könnte ein bisschen heißer sein. Sonst sehr, sehr lecker. Und die Kürbissuppe, finde ich jetzt nicht, dass sie mega nach Salbei schmecken. Also wirklich sehr, sehr lecker. Kommen wir zu den Vorspeisen. Ich liebe Oliven, vor allem schwarze. Sehr, sehr lecker. Und die haben hier auch so verschiedene Wurstsorten, obwohl ich mir jetzt mehr von jeder einer genommen habe. Keine Ahnung, ob sie schmecken. Sehr, sehr lecker. Ja, wie gesagt, mein Teller ist ja voll. Also ich habe gesagt, die Teller sind mir zu klein. Muss halt öfter laufen. Ja, mein erster war Mathella. Wird bestimmt nicht der einzige sein. Da unten habe ich irgendwie Käsespätzle, Kötbühler, Kartoffelgratin, Kalbsfrikadelle, ein Falafel zum probieren und Lachs. Dann probieren wir mal was. Können wir denn jetzt als erstes? Die, die Käse. Also Käsespätzle ist sehr lecker. Kartoffelgratin auch. Bisher habe ich nichts gegessen, was mir nicht geschmeckt hat. Bisher haben wir jetzt die Kalbsfrikadelle. Ist gut. Sehr, sehr lecker. Sehr schön. Und jetzt gibt es diese Kartoffel-Pommes. Mach ich auch, Jan. Eine Sache leider muss ich bemängeln. Der Fisch. Also der Lachs. Der ist leider tot gegart. Also, also ich schmitte lecker mit der Soße. Aber der ist einfach zu lange gekocht worden. Oder gebraten, was er macht. Deswegen, der Fisch ist jetzt nicht so dumm. Eigentlich schon Papps hat, aber Dessert muss sein. Und zwar einmal Tiramisu, dann Brotpudding mit Vanillesoße, das ist etwas Skandinavisches. Musste ich mal probieren. Und Mousse. Was hast du? Ich habe ein bisschen Tiramisu und ich habe hier auch Brotpudding mit Vanillesoße und zwei Mini-Waffeln mit Schoko-Soße. Guten Appetit. Ja, danke. Ich liebe ja auch Tiramisu sehr, sehr gerne. Also... Der Tiramisu ist sehr lecker. Das ist mal den Brotpudding. Keine Ahnung, was ich mir da mal vorstellen soll. Der ist warm. hat Zimt innen drin. Wahrscheinlich aus Brot hergestellt. Wenn es so heißt. Aber süß gemacht. Sehr lecker. Aber wer kein Zimt mag, sollte es aber nicht essen. Also... Buffet hier. Bova Sven können wir empfehlen, oder? Sehr. Approofed. 9,30,50 Euro. Nicht günstig, aber mittlerweile wie das ja in Paris Preise. Obwohl jetzt hier kein Getränk inklusive ist. Wenn wir noch draufzahlen. Können wir jetzt mit dem Plaza-Garten vergleichen. Aber dennoch finde ich besser als das Plaza-Garten zum Beispiel. Oder? Vicky sagt auch ja. Ja. Nicht mehr Auswahl und... Ähm... Ja. Also... Klare Empfehlung. Wir haben uns jetzt hier in der Spirit of St. Louis Bar niedergelassen. Im Hotel Bellarock. Und... ähm... Lösen unseren... Gutschein ein, den wir bekommen haben. Beim Einchecken. Und dann... geht's ab ins Bett. Aber es sieht sehr, sehr schön aus. Also vom Hotel Kronasaal bin ich auch mega begeistert. Auch vom... ähm... Wir haben es leider nicht geschafft, jetzt im Bellarock zu frühstücken. Ähm... Wir haben einfach ausgeschlafen. Wir haben keinen Wecker gestellt. Und zack, es war halb zehn. Und im Bellarock... gab es nur Frühstück bis... neun Uhr. Und ähm... El Castillo gibt es Frühstück bis zwölf. Ausnahmsweise. Wegen, glaube ich, dieser... XXL-Küchenparty. Genau. Da laufen wir jetzt rüber. Ins El Castillo. Das ist da links, glaube ich. Wir werden da jetzt frühstücken. Und dann gehen wir da jetzt noch... danach wieder zurück ins Bellarock. Und da den Wellnessbereich nutzen. Das Buffet zeige ich euch gleich. Es ist nämlich super voll. Aber hier, äh... Wikis Veggie-Variante. Es gibt vegetarische Wurst. Was ist das? Kartoffelpuffer und Ei. Guten Appetit. Und das ist mein Frühstück. Ähm... Wie gesagt, das ist super, super voll. Es gibt kaum Gläser, kaum Tassen. Heißes Wasser fehlt. Es ist halt super. Also von der Küchenparty ist es halt sehr, sehr viele Menschen. Kann ich verstehen. Aber damit rechnet man halt. Ja. Sehr, sehr schade. Ich habe super Erfahrungen vom Frühstück im Colosseo, wo wir damals waren. Jetzt das, äh... Geschmacklich weiß ich noch nicht. Das probiere ich jetzt alles. Aber organisatorisch ist erst mal leider nicht so toll. Ich zeige euch jetzt hier das Buffet im El Castillo. Also hier gibt es Kaffee, Milch. Hier gibt es eine Müsli-Station auch mit Hafermilch und Reismilch. Verschiedene Müsli-Optionen, Trockenfrüchte, Nüsse. Es gibt hier auch Bischermüsli, Erdbeerjoghurt, Vanillejoghurt, Aprikosenjoghurt, Naturjoghurt. Obstsalat, verschiedene Käsesorten, Sahne-Mehretisch, geräucherten Lachs, der gerade nicht da ist. Äh, gibt es hier normalerweise auch. Karpern dazu, Schwarzwälder Schinken, Teewurst, habt ihr da hinten Salami, äh, gekochten Schinken, Lyoner, Gouda, Quark, Emmentaler, Frischkäse, Putenlyoner, äh, und Putenbierschinken. Also das ist wahrscheinlich hier das, und das ist halt die Schweinefleisch, ähm, der Schweinefleischbereich. Da gibt es Gurken und Tomaten, verschiedene Marmeladesorten, Schwarzwälder Kirsch, äh, Schwarzwälder Kirsch. Schwarze Johannisbeere, ähm, Rote Johannisbeere, Quittengelee, haben wir hier drei Fruchen, auch die Aprikosenmarmelade, Erdbeermarmelade, dann gibt's, äh, Bezellmargarine, die vegan ist. Riecht gut, Honig. Und, äh, äh, das ist die normale Butterstation, da drückt ihr einmal auf den Knopf, schnitt euren Teller drunter und dann kommt die Butter da raus. Gibt's hier natürlich Wasser, einmal Mineralwasser und stilles Wasser. Kakao könnt ihr euch auch hier selbst anmischen mit der heißen Milch. Gibt hier Overmaltine. Hier gibt's noch eine gluten- und laktosefreie, ähm, ein gluten- und laktosefreier Bereich. Mit, ähm, Joghurt, mit, ähm, also laktosefreier Joghurt, ähm, laktosefreiem Käse. Ähm, ähm, laktosefreiem Käse. Dann gibt's hier noch so, äh, veganen Brotaufstrich, Le Parfait. Gibt's hier auch. Und glutenfreies, äh, Früchte-Müsli. Kommen wir zum heißen Bereich. Hier gibt es Eierspeisen, natürlich, äh, Spiegelei, Früherei, auch normales, äh, hartgekochtes Ei. Dann gibt's hier Bacon, Ketchup und Senf, Nürnberger Würstchen, Rösti, die gerade alle sind. Vegetarische Bratwurst gab's hier auch. Die hatte ja die Vicky, auch gerade leer. Und Mini-Wiener Würstchen. Die waren ganz gut. Dann gibt's hier auch noch Pancakes mit Zimt und Zucker. Und auch, äh, Apfelmus oder Ahornsirup, wenn ihr möchtet. Und ich bin halt jetzt schon relativ spät, deswegen ist auch schon vieles weg. Hier gibt's die Tee-Station. Hierfür seht ihr die verschiedenen Teesorten. Für jeden was dabei. Und hier ist die Saftstation mit Orange und Multivitaminsaft. Und hier ist die Brot- und Brötchen-Ecke. Ja, die Brötchen sind gerade alle, wie ihr sehen könnt. Die werden jetzt nachgeliefert. Ansonsten seht ihr hier auch die Brötchensorten. Es gibt aber auch Puppen-Planickelbrot. Ich hab mir gerade so ein Muffin geholt. Es gibt auch Milchbrötchen. Die hatte die Vicky. Ja, also, auf jeden Fall für jeden was dabei. Wir sind aus dem El Castillo raus. Und was sagst du zum Frühstück? Das war sehr lecker. Wir sind, glaube ich, also ich bin auf meine Kosten gekommen. Mit vegetarischen Würstchen, mit Kartoffelpuffer und Apfelmus. Ei. Eier gab's in verschiedenen Variationen. Was gab's noch? Es gab auch eine Laktose- und Glutenfreie-Ecke, habe ich gesehen. Das ist richtig. Und ich hatte auch noch so ein Müsli mit Reismilch. Und leckere Brötchen. Ich bin satt. Also, ich bin so satt. Aber war sehr chaotisch. Also, wir kamen, war sehr, sehr voll. Also, war, glaube ich, Kochzeit. Das hat sich dann so in einer halben Stunde gelegt. Aber irgendwie kamen die Mitarbeiter nicht hinterher mit dem Abräumen, mit dem Gläser und Tassen bringen, mit dem Auffüllen. Also, das war sehr, sehr voll und chaotisch, wie gesagt. Aber es war dann noch lecker. Und wir laufen jetzt rüber zum Bell Rock. Gehen dann jetzt noch für zwei, drei Stündchen in den Wellnessbereich. Schaut uns den mal an. Den zeige ich euch. Die Vanille. Zeige euch den natürlich auch. Und ja. Dann geht's wieder zurück nach Hause. Ich schaue mal kurz hier im Shop vorbei, was es hier so gibt. Gibt ein bisschen Deko. Also, Zeitung könnt ihr euch hier kaufen. Verschiedene. Gibt's hier ein bisschen Deko. Auch hier dieses Maritime. Passend zum Bell Rock. Gibt's Winter Sachen. Mütze, Schal für Kinder. Handschuhe. Natürlich auch Add&Adder Merch. Ganz, ganz viele Mäuse. Kinderspielzeug. Europa-Park Monopoly. Muss ich gar nicht. Europa-Park hat auch sein eigenes Monopoly. Und ist günstig als im Dessent Paris. Hier kostet es nämlich nur 50 Euro. Dessent 70. Multifunktionstücher gibt's hier. Ein paar Babysachen. Mit Add&Adder. Richtig süß. Und natürlich auch die Rolandica Bücher. Die die Geschichte von Rolandica erzählen. Also auch für Kinder mega schön. Hier gibt's auch noch Snorri-Merchandise. Regenschirmtasse, Schneekugel, Plüschis, Rucksack, Fließdecke. Alles mit Snorri. Richtig süß. Rolantica Merchandise, Handtuch. Auch ein Bikini, falls ihr euren vergessen habt oder kaputt gegangen ist. Auch noch so Europa-Park Kleidung. The place to be. Und Kleidung von Socks, glaube ich wird's ausgesprochen. Puma und Camp David. Und jetzt noch ein bisschen Europa-Park. Home-Utensilien, Tassen, Gläser, Weingläser. Nicht richtig hübsch hier die schwarzen. Aschenbecher, Kissen. Ja, also das ist ein kleiner Überblick hier aus dem Shop. Also wir waren jetzt im Sauna-Bereich so knapp drei Stündchen. Was ich gut finde ist, es gibt einen separaten Darm-Bereich. Also erstmal, weil man muss sich wie in einer ganz normalen Sauna komplett nackt machen. Also keinen Badeanzug, Bikini etc. Dafür gibt's aber extra einen Darm-Bereich mit einer Finishing-Sauna und einem Dampfbad. Und nur drei Ruheliegen. Ist ein bisschen klein, aber natürlich super, dass da nur Frauen dann hin dürfen. Und auch Duschbereich etc. Dann gibt's natürlich einen größeren gemischten Bereich mit auch einem Dampfbad. Einer Bio-Sauna mit 65 Grad. Einer Finishing-Sauna mit 80 bis 95 Grad. Dampfbad. Hatte ich schon gesagt. Werbekabine gibt's noch. Und das war's. Drei Ruheräume. Der eine ist ein bisschen größer. Da gibt's auch Tee und Wasser zu trinken. Die anderen zwei Ruheräume sind ein bisschen kleiner. Also das war tatsächlich, wir wurden jetzt nicht so herzlich begrüßt. Wir wurden direkt mit dem Satz begrüßt. Hallo, ihr müsst auf, irgendwie Vorsicht, es ist mega viel los. Genau. Ja, das hätten wir dann auch gesehen, wenn wir drinnen wären. Aber ja, wir hatten eine schöne Zeit, wir haben uns entspannt. Ja, genau. Kann man auf jeden Fall sagen, es ist ein schöner Bereich, kann ich euch natürlich nicht zeigen. Aber es ist ein schöner Wellnessbereich. Und es ist natürlich ein Preis inklusive, das muss man natürlich auch sagen. Es kostet nichts extra, wenn ihr hier im Balrog übernachtet, dürft ihr diesen Bereich nutzen. Es gibt noch einen Pool auf der anderen Seite. Darunter? Der Pool. Oder wir müssen da runter. Wir müssen da runter. Achso, dann sag das doch. Ja, es gibt noch einen Pool, wo man dann auch mit alle Sachen schwimmen darf und auch für Kinder. Da waren wir jetzt heute nicht. Ja, also das war jetzt unsere Erfahrung mit dem Sonderbereich, dem Spa-Bereich hier im Balrog. Und wir treten jetzt unseren Heimweg an. Ja, und das waren sie, meine Eindrücke oder unsere Eindrücke aus den Europa-Park-Hotels. Es war anders gedacht, dieses Video. Ich wollte eigentlich ein reines Balrog-Video machen, aber jetzt ist es halt so ein Europa-Park-Hotels-Vlog mit verschiedenen Eindrücken. Generell, wir waren jetzt hier in drei Europa-Park-Hotels diese zwei Tage. Ob zum Essen, zum Frühstück oder zum Schlafen. Und generell, die Europa-Park-Hotels sind wirklich super thematisiert. Also die Thematisierung können sie, die Umsetzung. Das Bett war super bequem, das Zimmer war schön. Und das Frühstück war heute auch in Ordnung. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber natürlich ist es im Preis inklusive. Und auch der Wellness-Bereich ist im Preis inklusive in allen Hotels. Und das ist natürlich super. Also, wie gesagt, war anders geplant. Ich werde bestimmt nicht das letzte Mal im Europa-Park-Hotel übernachtet haben. Wir werden, also Vicky möchte natürlich auch bei allen Hotels hier sehen, weil sie jetzt auch auf den Geschmack gekommen ist, auch von den Europa-Park-Hotels. Und ja, wir werden dann bestimmt mal in dem einen oder anderen Mal wieder übernachten. Und dann hoffe ich, dass ich euch ein komplettes Hotel-Video zeigen kann und nicht nur so stückeweise. Aber ja, so war es halt dieses Wochenende. Es war halt mega viel Betrieb wegen dieser XXL-Küchen-Party, was ja verständlich ist. Es ist Wochenende. Viele möchten am Wochenende natürlich Rulantica oder die Hotels besuchen oder sind hier für die Party. Dementsprechend war es natürlich voll beim Frühstück und im Sauna-Bereich und auch in Rulantica. Alles verständlich. Muss man natürlich damit rechnen. Ja, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und zwar im Disneyland Paris. Ciao.